Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass Sie sich für die neuesten Features und Verbesserungen der Performance-Weed interessieren. Mein Name ist Alexander Kolmogorcev und ich möchte Ihnen heute präsentieren, was es so Neues gibt in der Version 21.2. Ja, vielen Dank für den Input, den Sie uns in Form von Verbesserungsvorschlägen, Feature-Requests oder auch Bug-Meldungen gegeben haben. Vieles davon wurde auch berücksichtigt in der neuen Version und findet sich auch dort wieder. Okay, kommen wir nun zu den Verbesserungen der Performance-Weed und wir starten mit dem ersten Produkt, nämlich mit dem Doku-Performer. Die erste Funktion, die wir neu implementiert haben, ist vor allem für all diejenigen interessant, die mit Calculation-Views arbeiten und diese dokumentieren und kommentieren. Denn es ist ja schon länger möglich, genau das zu machen, sprich fachliche Information, technische Information an ein Calculation-View zu hängen und anschließend den Calculation-View zu dokumentieren, damit diese Informationen zusammen in einer Dokumentation ausgegeben werden. Ab der neuen Version kann man noch viel präziser und auch granularer kommentieren, denn es besteht die Möglichkeit, einzelne HANA-Felder zu kommentieren und zu beschreiben. Und genau das schauen wir uns mal an in der ersten Live-Demo. Dafür springe ich in die Performer-Suite und ich befinde mich jetzt gerade in einem BW-System. Ich habe ja den Vorteil, wenn ich den HANA-Connector lizenziert habe, dass ich auch solche Mixed-Szenarios auch mir anschauen lassen kann und visualisieren lassen kann. Das heißt, ich springe jetzt einfach mal von hier dieser Ansicht raus in so ein Calculation-View mit Hilfe von Analyze and Compare. Denn genau hier kann ich diese Kommentierung durchführen. Das heißt, ich sehe hier alle Felder des Calculation-Views und an der Stelle kann ich jetzt einfach den Common-Panel öffnen und sehe auf der rechten Seite jetzt die ganzen Felder nochmal mit der Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen. Das heißt, an der Stelle könnte ich jetzt einfach, ich füge mal exemplarisch für dieses Feld solch einen Kommentar ein, kann das Ganze abspeichern und wenn ich jetzt diesen Calculation-View dokumentiere, was ich jetzt einfach mal mache testweise, dann werden Sie sehen, dass genau diese Information an der jeweiligen Stelle am Feld auch nochmal steht. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit wirklich auf Feldebene noch präziser zu kommentieren. Das heißt, wenn wir hier runtergehen, dann sehen wir genau hier jeden Kommentar, den ich hinzugefügt habe. Genau, das zur neuen Funktion im HANA-Bereich. Springen wir zurück zur Präsentation, denn wir haben im Doku Performer noch zwei weitere Möglichkeiten, nämlich zwei neue Objekttypen im SHC-Connector. Das heißt, Sie können jetzt auch die Analytic Applications sowie auch die Templates synchronisieren und Sie können sie auch kommentieren und dokumentieren. Das heißt, Sie können beispielsweise so ein Szenario erstellen und können Ihr gesamtes Datenmodell von der Datasource bis hoch zu den Analytic Applications beispielsweise komplett dokumentieren und vervollständigen. Auf beides komme ich gleich noch ein, wenn ich nochmal ins Tool springe. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem System Scout. Im System Scout haben wir einige neue Funktionen umgesetzt, viele vor allem im SHC-Bereich, wie Sie gleich merken werden. Und wir gehen hier mal kurz durch in der Präsentation und dann springe ich nochmal in das Tool rein. Fangen wir mal mit der ersten Funktion an und das ist schon eine etwas größere Veränderung. Worum geht es? In den letzten zehn Jahren haben wir wirklich zahlreiche System Scout Funktionen umgesetzt und die Anzahl ist wirklich rapide angewachsen. Wir haben viele Kundenwünsche umgesetzt und der Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Wir konnten den Funktionsumfang steigern. Der Nachteil, der damit einhergeht, ist der fehlende Überblick. Denn wenn immer mehr Funktionen zukommen, dann entweder merkt man vielleicht gar nicht, dass neue Funktionen hinzugekommen sind oder aber man findet sie gar nicht. Und das ist natürlich ein großer Nachteil. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir dieses Problem lösen. Und wir haben ein paar Schritte durchgeführt. Zunächst einmal haben wir konsolidiert. Wir haben uns überlegt, welche Funktionen ähneln sich, welche Funktionen kann man kombinieren. Das heißt Funktionen, die vielleicht in einem bestimmten Kontext stehen oder beispielsweise einen Verwendungsnachweischarakter haben, die haben wir einfach kombiniert und in den Verwendungsnachweis einfach integriert. Der dritte Schritt ist der, dass wir bestimmte Funktionen und zahlreiche Funktionen umbenannt haben. Wir haben ihnen aussagekräftigere Namen gegeben, damit man sofort weiß, worum es geht. Und genau das können Sie sich auch nochmal anschauen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise die neue Version installiert haben und eine bestimmte Funktion suchen, dann können Sie sich hier auf unserer Seite im User Manual unter What's New, Changes of the System Scout, nochmal ganz genau anschauen, wie die Funktion, die Sie suchen, genau heißt, ob sie umbenannt wurde oder ob sie vielleicht kombiniert wurde mit einer anderen Funktion. Das finden Sie dann hier in dieser Ansicht unter What's New. Wir haben noch eine weitere Sache gemacht, weil wir uns gedacht haben, es reicht nicht aus, nur zu konsolidieren und umzubenennen, sondern wir möchten Ihnen auch eine durchsuchbare Ansicht bieten, damit Sie auch bestmöglich die Funktion finden, die Sie brauchen und damit wir Sie so gut wie möglich unterstützen können. Und deswegen haben wir eine Ansicht erstellt, eine Ansicht, in der Sie alle Funktionen sehen des System Scouts und gleichzeitig eine Ansicht, die Sie auch dementsprechend durchsuchen können. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das heißt, Sie können unter System Scout jetzt auf Search gehen und wenn Sie da draufklicken, dann gelangen Sie in solch eine Ansicht. Das heißt, Sie sehen alle Funktionen des System Scouts eines bestimmten Connectors. Sie können auch hin und her springen, von einem Connector zum anderen Connector und das können wir uns jetzt einfach mal kurz im Tool anschauen, wie das funktioniert. Das heißt, ich kann auf System Scout gehen und dann auf Search. und sehe jetzt hier genau die Ansicht, die wir auch vorhin gesehen haben. Genau, was sehen wir alles? Zunächst einmal, wie bereits gesagt, wir sehen hier die Connector-Auswahl. Der erste Vorteil ist also der, dass ich auch unabhängig von meinem aktuellen System, mit dem ich verbunden bin, ich bin beispielsweise mit einem BW4HANA-System verbunden, unabhängig davon kann ich auf andere Konnektoren zugreifen. Das heißt, ich könnte beispielsweise jetzt auf SHC klicken und würde alle Funktionen der SHC sehen oder auf BW klicken und würde alle Funktionen vom BW sehen und so weiter. Das heißt, das ist jetzt Connector-unabhängig. Und gleichzeitig kann ich diese ganzen Kacheln, die wir hier sehen, durchsuchen. Also ich könnte hier beispielsweise Housekeeping eingeben und würde alle Funktionen sehen, die einen bestimmten Zusammenhang haben mit Housekeeping, mit dem Anwendungsbereich Housekeeping. Oder aber ich könnte auch auf Objekttyp-Ebene suchen. Also ich könnte hier Process Chains eingeben und würde Funktionen sehen, die etwas mit Prozessketten zu tun haben. Der SystemScout durchsucht sowohl den Funktionsnamen als auch die Beschreibung, aber auch bestimmte Texte, die wir hinzugefügt haben, wie beispielsweise unterstützte Objekttypen oder einfach weitere Anwendungsbereiche, wie beispielsweise vorhin bei Housekeeping. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine neue Variable anlegen müssen und herausfinden möchten, welche Variablen existieren eigentlich gerade in meinem System, dann können Sie einfach hier zum Beispiel Variables eingeben, sehen, ach, hier gibt es den Variable Analyzer, können sich das Ganze durchlesen und können dann im Endeffekt einfach da draufklicken und die Funktion durchführen. Das heißt, uns ist es einfach wichtig, dass Sie im Daily Business einfach sich auf den SystemScout verlassen können und relativ schnell auch die Funktionen finden, die Ihnen auch an einem bestimmten Use Case weiterhelfen. Genau, das dazu. Wie bereits gesagt, wenn ich jetzt hier draufklicke, einerseits Connector-unabhängig und andererseits auch die Möglichkeit, ein anderes System einfach auszuwählen. Das heißt, auch das ist möglich. Es ist nicht mehr relevant, in welchem System Sie sich befinden, wenn Sie mit dem SystemScout arbeiten, wenn Sie über diese Ansicht kommen. Genau, kommen wir zu den weiteren Funktionen, denn es gibt noch ein paar SRC-Funktionen, die ich hier nicht vorenthalten möchte. Und wir beginnen einfach mal mit Analyze and Compare. Die Funktionen kennen Sie wohlmöglich auch schon in BW, in HANA, aber auch in BO. Und diese Funktionen bieten wir jetzt auch im SRC-Connector an. Das heißt, Sie können sich den Aufbau Ihrer SRC-Objekte anzeigen lassen. Sie können sich anzeigen lassen, was für Pages genutzt werden. Das zeige ich gleich nochmal in der Live-Demo, wie das genau aussieht. Dann gibt es noch den Datenfluss. Das heißt, wenn Sie eine grafische Darstellung sich anzeigen lassen möchten von Ihren Storys, was für Models genutzt werden, was für Datenquellen genutzt werden, dann kann man sich diesen Datenfluss anzeigen lassen. Wir haben einen Verwendungsnachweis von Models in anderen Storys und in Analytics Applications. Und wir haben eine Funktion, mit der wir die Datenquellen von den SRC-Objekten übersichtlich uns anzeigen lassen können. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Funktion durch, Funktion für Funktion, damit Sie sich da einen Überblick verschaffen können, was wir anbieten. Genau, wir starten erstmal mit Analyze and Compare. Ich wechsle mal in den SRC-Connector, um mir die SRC-Objekte anzeigen lassen zu können. Das heißt, wir sehen an der Stelle, dass die neuen Objekttypen hinzugekommen sind, Analytics Applications und Templates. Die kann ich mir hier auch anzeigen lassen und einfach synchronisieren und bei der Synchronisation auswählen. Genau, was ich jetzt machen möchte, ist die Analyze and Compare-Funktion, die erste Funktion, die ich gezeigt habe. Dafür wähle ich die Storys aus. Nutze den Multiline-Filter und habe diese drei Storys, die ich jetzt weiter analysieren möchte. Also auf Analyze and Compare klicke und mir anschließend den Aufbau dieser SRC-Objekte anzeigen lasse. Das heißt, wir verbinden uns jetzt mit dem SRC-System und checken pro Story, was für Pages haben wir, was für eine Connection wird verwendet. Ist es eine Live-Connection oder eine Acquired-Connection? Und was für Datenquellen werden verwendet? Und all das wird mir dann gleich übersichtlich dargestellt in Analyze and Compare. Genau, das heißt, wir sehen hier die Pages, wir sehen hier, welche Models verwendet werden, wir sehen die Datenquellen selbst. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel ein CDS-View, hier haben wir die Queries und weiter unten sehen wir sogar ein Calculation-View. All diese möglichen Datenintegrationen bilden wir ab. Gleichzeitig ist es auch so, dass Sie einfach weiter analysieren können. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ach, die Query, die würde ich mir gerne auch nochmal, den Aufbau würde ich mir gerne auch nochmal anzeigen lassen, dann können Sie ganz einfach hier draufklicken und auf Analyze and Compare klicken und die Systemgrenzen sozusagen ignorieren wir und die können einfach hin und her springen. Ich kann das Ganze auch durchsuchen, wenn ich möchte, indem ich hier auf Search klicke und der Vergleich ist ebenfalls möglich, so wie man es in BW kennt. Genau, eine weitere Funktion ist der Datenfluss, den ich ebenfalls erwähnt habe. Das heißt, ich kann an der Stelle einfach einen Rechtsstick machen und mir den Datenfluss dieser Story anzeigen lassen. So, dann klicke ich jetzt mal hier auf OK und lasse mir den Datenfluss anzeigen und auch hier gehen wir ins System und prüfen, was für Abhängigkeiten existieren zu anderen Models, zu anderen Datenquellen, die verwendet werden und sehen jetzt den Datenfluss. So, das heißt, solch eine grafische Darstellung kann man sich jetzt auch nochmal anzeigen lassen. Wir sehen, wie bereits erwähnt, die Queries, die verwendet wurden. Ich könnte mir an der Stelle jetzt auch nochmal beispielsweise den Datenfluss dieser Query anzeigen lassen, wenn ich noch mehr Informationen haben möchte zu den Objekten. Also, man kann hier wirklich von System zu System springen und sich die Infos einholen. Dann gibt es noch den Verwendungsnachweis, den ich erwähnt habe. Ich könnte hier an der Stelle diese drei Objekte markieren, die Models, und könnte jetzt einfach sagen, Where Use Analysis. Was ist hier der Vorteil? In der SRC ist es nicht immer ersichtlich, welche Models verwendet werden, welche Models in welchen Storys verwendet werden, in welchen Applications und so weiter. Und genau diesen Missstand, nenne ich es jetzt einfach mal, den versuchen wir zu lösen und bieten dafür diese Funktionen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise etwas an diesem Model verändern, an einem Backlog Analysis Model, dann wissen Sie, okay, vielleicht sollte ich mal gucken, ob es irgendwelche Auswirkungen, irgendeinen Impact hat, auf diese drei SRC-Objekte, in denen solch ein Model beispielsweise verwendet wird. Genau. Sie sehen auch gleichzeitig Dinge wie das System, der Pfad und so weiter. Das Ganze lässt sich auch an der Stelle exportieren, wie Sie es gewohnt sind, auch im Verwendungsnachweis in BW. Die letzte Funktion, auf die ich eingehen möchte, im SRC-Kontext, ist die Liste Data Sources-Funktion. Dafür können Sie hier diese Funktion öffnen, können nach bestimmten Objekten suchen. Ich mache das jetzt mal mit diesen vier. Sie können auch alle Ihre SRC-Objekte auswählen. Und hier haben Sie nochmal eine Übersicht von den Datenquellen. Das heißt, Sie sehen, wir fokussieren uns primär wirklich auf diese Datenquellen, auf diese Abhängigkeiten von der SRC Richtung HANA, Richtung S4, Richtung BW. Und genau diese Abhängigkeiten möchten wir nochmal transparent darstellen. Und genau das sieht man jetzt an der Stelle. Wir sehen beispielsweise, dass diese Analytics Application diesen Calculation View als Datenquelle verwendet. Hier haben wir ein CDS View und hier haben wir zwei Queries beispielsweise. Gleichzeitig sehen wir hier auch nochmal das Model, das verwendet wurde und die Connection ID, die verwendet wurde. Genau, und die gleiche Funktion, die Sie jetzt hier sehen, gibt es auch in BO. Das können wir uns auch nochmal kurz anschauen. Das heißt, auch hier macht es ja durchaus Sinn, sich Infos einzuholen zu Datenquellen. Das habe ich vorher hier schon vorbereitet. Das heißt, an der Stelle könnte ich ebenfalls einen Rechtsklick machen, auf List Data Sources klicken und mir die Datenquellen anzeigen lassen. Das heißt, wir sehen jetzt in diesem, in diesen AFO-Berichten und in diesen Lumira-Berichten haben wir Datenquellen, wie beispielsweise Multiprovider, CDS Views, Composite Provider und Queries. Und das ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie beispielsweise vor einer Migration stehen und prüfen wollen oder wissen, dass bestimmte Berichte, bestimmte BO-Berichte auch weiterhin in der neuen Welt, im BW4HANA-System funktionieren sollen. Und wenn Sie vorab die Datenquellen prüfen müssen und herausfinden wollen, welche Datenquellen sollten vielleicht auch mit migriert werden, das neue System, welche Queries sollte ich mitnehmen und dann ist das natürlich eine sehr hilfreiche Funktion. Gut, ich kehre zurück zur Präsentation. Wir sehen hier nochmal eine kleine Übersicht von allen neuen Funktionen. Zusammenfassend kann man sagen, wir haben neue SAC-Objekttypen, die wir anbieten. Man kann jetzt noch präziser kommentieren, HANA-Objekte kommentieren, vor allem Calculation Views und Sie haben neue SAC-Funktionen, die Sie auch schon aus der BW-Welt kennen und gleichzeitig gibt es eine neue BW-Funktion. Ja, das Ganze können Sie sich auch nochmal im User-Manual selbst anschauen. Ich war ja vorhin schon im User-Manual. Können wir nochmal ganz kurz reinspringen. Hier sehen wir auch nochmal die Funktion, die ich vorhin erwähnt habe, die ich präsentiert habe. Da können Sie sich auch nochmal reinlesen, wenn Sie weitere Informationen haben möchten. Wir werden auch an der Stelle die Präsentation verlinken, sowie auch das YouTube-Video, das wir dann hochladen von dieser Präsentation, also die Aufzeichnung. Und an sich kann man auch sagen, dass wir zahlreiche Änderungen hinzugefügt haben in das User-Manual und hier finden Sie auch die ganzen neuen Funktionen. Dann bedanke ich mich auch schon für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Konnektoren gesehen haben, die für Sie relevant sind, wenn Sie beispielsweise ebenfalls Calculation Views kommentieren, dokumentieren, analysieren möchten, wenn Sie SHC-Stories den Daten flüssig anzeigen lassen möchten, dann können Sie das Ganze auch mal für 30 Tage kostenlos und vollumfänglich testen. Wir begleiten Sie mit Web-Sessions, mit Testanleitungen. Kommen Sie einfach auf uns zu, schreiben Sie uns einfach und dann können wir das in die Wege leiten. Okay, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie auch zukünftig bei den Webinaren dabei sind, wünsche Ihnen einen schönen Tag und ja, alles Gute, bis demnächst. Tschüss.